Brunntal ist eine Bezirksstadt mit 17.631 Einwohnern im Nordosten der Tschechischen Republik im Meerisch-Schlesischen Kreis. Geografie Lage Die Stadt liegt östlich des Altvatergebirges im Niederen Gesenke im Tal des Zomora fließenden Schwarzbaches umgeben von den Gipfeln des Köhlerbergs. Dem basaltische Kegelrest eines erloschenen Vulkans im Südwesten vor Drenski Vech 599 Meter, Zadni Zeleni Vech 563 Meter und dem Ziegenberg. Weitere Erhebungen in der Umgebung sind Venus in Asopka, Vekiraudni und Maliraudni. Die Bergbäche Bukovipotok, Kobülipotok und der Mühlbach verlaufen durch das Stadtgebiet. Vegetation Die ursprüngliche Bewaldung des Altvatergebirges bestand aus Buchenwäldern, in höheren Lagen gab es Nadelwälder. Im Gebirgswald gibt es Fichten, Tannen, Lärchen, Birken, Eschen, Buchen, Salweiden, Ebreschen, Bergerhorn. Oberhalb der oberen Waldgrenze wachsen gepflanzte Krummholzkiefern. Das Kernstück des qualitativ besten Waldbestandes bilden die wertvollsten Partien des Altvatergebirges und der anliegenden Gebiete des Niederen Gesenkes. Es wird im Rahmen des Naturschutzgebietes Jeseniki auf einer Fläche von 740 Quadratkilometer geschützt. Stadtgliederung Geschichte Überblick Freudenthal wurde im Jahre 1213 gegründet und ist eine der ältesten böhmischen Königsstädte. Bis zur Teilung von 1377 gehörte Freudenthal zum Herzogtum Tropau. Danach war die Stadt zeitweise im Besitz der Herzöge von Jägerndorf und der Herzöge von Ratibor und schließlich ab 1473 der Herren von Würden auf. Freudenthal Die Herrschaft wurde aus dem Herzogtum Jägerndorf ausgegliedert, wieder dem Herzogtum Tropau zugeschlagen und zu einer Minderherrschaft erhoben. 1474 wurde die Burg von König Matthias von Ungarn belagert, eingenommen und zerstört. Nach der Schlacht am Weißenberg 1620 wurde die Herrschaft vom Kaiser konfisziert und an den Deutschen Orden verkauft. Von 1682 bis 1684 bestand das Herzogtum Freudenthal mit dem Hochmeister des Deutschen Ordens Johann Kaspar von Empringen als Landeshauptmann von Schlesien. Über Jahrhunderte war der Bergbau, vor allem der Abbau von Edelmetallen, sehr bedeutend für Stadt und Region, der Bergmann im Stadtwappen weist auf diese Zeit hin. Im 19. Jahrhundert kam es zur Industrialisierung, wobei hauptsächlich die Textilindustrie mit Lederfabriken, Bleichereien, Spinnereien und Webereien von Bedeutung war. Bekannt war der Ort für die Produktion der begehrten schlesischen Hausleinwanden. Ebenfalls entstanden in dieser Zeit die Ulmützer Vorstadt, die Jägerndorfer Vorstadt und die Neusser Vorstadt. Bis 1918 war die Stadt der Sitz der Bezirkshauptmannschaft Freudenthal des Kronan des Schlesien. Als Folge des am 10. September 1919 unterfertigten Vertrages von Saint-Germain kam der Ort zur neu geschaffenen Tschechoslowakei. 1938 wurde der Landkreis Freudenthal im Regierungsbezirk Tropau als Teil des sogenannten Sudetenlandes dem Deutschen Reich angegliedert. Bis zur Vertreibung aufgrund der Benesch-Dekrete in den Jahren 1945 und 1946 war Freudenthal überwiegend von Sudeten-Deutschen bewohnt. Von 1960 bis 2002 war die Stadt der Sitz des Okres Brunthal. Ursprünglich wurde die deutsche Schreibweise Freudenthal verwendet, welche bereits in alten Schriften als Freudenthal, Vaurudental, Fraudental belegt ist, die böhmische Schreibweise Brunthal taucht erstmals im Jahr 1456 auf. In anderen Sprachen existieren daher oft zwei unterschiedliche Schreibweisen, Russisch, Jiedisch, Griechisch, Mypiro, Omikron, Ypsilon, Nütau, Alpha, Lambda. Litauisch Brunthalis, Arabisch, Hebräisch. Bevölkerungsentwicklung Einwohner zahlen der Stadt Freudenthal 1854 zu 3, 1861 zu 4, Stadtgemeinde 5519, 1880 zu 7, 1900 zu 7, deutsche Einwohner, Stadtgemeinde 8060, 1910 zu 7, Stadtgemeinde 8443, 1921 zu 8, Stadtgemeinde 8597, 1930 zu 9, Stadtgemeinde 9905, 1939 zu 10, 1947 zu 6, 1961 zu 8, 1970 zu 9, 1980 zu 14, 1991 zu 16, 2001 zu 17, Sehenswürdigkeiten Der historische Stadtkern einschließlich des Schlosses Freudenthal wurde zur Denkmalzone erklärt. Zu den bekannten Denkmälern gehören die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, das Gabrielhaus, die Pieristenkirche der Maria Trösterin mit Kloster, das Gesellschaftshaus, die Kapelle Sankt Michael, die Midna Villa und die Evangelische Kirche. Zu der auf dem Köhler Berg gelegenen, weithin sichtbaren Wallfahrtskirche Maria Hilf führt eine fast 200 Jahre alte vierreihige Lindenallee. Die Hussitische Kirche, die Gebäude der Berufsschule und die Commerzbank wurden in den 1990er Jahren rekonstruiert. ... Wirtschaft, Fremdenverkehr Trotz einer Reihe ökologischer Probleme, die die Folgen unüberlegter Eingriffe in die Natur sind, gehört die Region Brunthal mit ihren Naturschönheiten zu den touristischen Attraktionen der meerisch-schlesischen Region Industrie. Nach Februar 1948 kam es zu einer schrittweisen Stilllegung oder Enteignung von Betrieben mit örtlicher Bedeutung, Mühlen, Sägewerke, Schlachthöfe, Bierbrauereien, kleine Wasserkraftwerke, Kleingewerbe und die traditionelle Textilindustrie. In den 1970er und 1980er Jahren entstanden ein Hydrometallurgiebetrieb, eine Kunststoffpresserei, Zentralwerkstätten, CSAO, CSAD und andere. Im Bezirk wurde eines der größten Staatsgüter in der Republik geschaffen. Nach 1989 kam es zur Schließung zahlreicher Großbetriebe und zu einer Verlagerung auf den Dienstleistungssektor und das Kleingewerbe. Verkehr Der Bahnhof befindet sich an der Bahnstrecke Olemek-Opava-Weikot. An Wochenenden fahren auch Züge auf der hier ab zweigenden Nebenbahn nach Malamoravka. Von Jägandorf führt ebenfalls eine Chance e die heutige I-45 nach Ulmütz, welche in der Stadt die Straße I-11 kreuzt. Politik Bürgermeister 1809 bis 1814 Franz Josef Thiel 1817 bis 1833 Zürich Riedel Fabrikant 1833 bis 1834 Karl Kurzweil 1834 bis 1840 Josef Fenz 1840 bis 1847 Florian Schneider 1847 bis 1859 Franz Rudolf Wohlfahrt 1864 bis 1876 Anton Luft, Fabrikant im Maschinenbau 1876 bis 1887 Gustav Gabriel 1887 bis 1888 Friedrich Kurzweil, Fabrikant 1901 bis 1919 Wenzel Franz Solbrich, Fabrikant 1919 bis 1922 Alois Plischke 1923 bis 1938 Dr. Bayer 1938 bis 1945 Walter Kindermann, Baumeister Bundtalsbürgermeister seit Ende 2006 ist die NG Franteschek Struska Die Stellvertreter sind ING Watzlaw Morris und BC PET Erisch Städtepartnerschaften Sebnitz Deutschland Büdingen, Deutschland Opolle, Polen Castellarano, Italien Sturovo, Slowakei Plunge, Litauen In Memmingen befindet sich das Freudenthal-Altvater-Heimatmuseum Söhne und Töchter der Stadt Johann Riedel, Bildhauer und Ordensmitglied der Jesuiten Josef Krones, Schauspieler Therese Krones, Schauspielerin Franz von Neumann, der ältere Architekt Josef Englisch, österreichischer Urologe und Chirurg Karl Quinenus, österreichischer Architekt und Stadtbaumeister Ernst Ludwig, österreichischer Chemiker Ernst Beck, österreichischer Chemiker Bruno Hans Wittek, Lyriker, Erzähler und Dichter Irina Anders, polnische Bühnen-Schauspielerin und Sängerin Friedrich Nater, Bauingenieur und Professor Wolfgang Nissner, Grafiker Adolf Kutschka, deutscher Dichter und Schriftsteller Hertha Scholz-Peschke, Kunstschaffende Jörg K. Hünsch, deutscher Historiker Wolfgang Peter Woseibker, bildender Künstler Siegfried Held, Fußballspieler und Trainer Wolfgang Michalker, Zeithistoriker I.V.A. Bitova, Musikerin und Schauspielerin Oltrich Machala, Fußballspieler und Trainer Leo Goudas, Eishockey-Spieler und Trainer Martin Lux, Fußballspieler Lubomir Petrus, Cyclocross und Straßenrad-Rennfahrer Wolfgang Michalker, Fußballspieler und Trainer Wolfgang Michalker, Fußballspieler und Trainer